gregor gysis immer noch brandaktuelles konzept gegen die altersarmut aus der bundes pressekonferenz fragestunde der bürger vom 30 8 2015 mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de sie wissen dass ich mit herz und seele rentenrechtler bin auch sozialrechtler das für mich sozusagen auch das thema altersarmut menschen würde wirklich eine extrem große rolle spielt und ich habe ein ganz interessantes video gefunden auf youtube das zeige ich ihnen gleich mal da will ich ihnen mal die sequenz daraus vorspielen sie können sich das gerne dann auch selber noch mal anschauen in voller gänze wie da der uns doch sehr bekannte doktor gregor gysi spitzenpolitiker der linken damals zur höchstform aufläuft sie wissen dass der dr gysi ein hervorragender redner ein hervorragender rhetoriker ist der unglaublich klug ist der unglaublich weitsichtig ist und dem natürlich auch das menschliche die menschenwürde auch altersarmut und so weiter doch sehr sehr wichtig sind das zu bekämpfen altersarmut zu bekämpfen und das alles im sinne auch einer entsprechenden weitsicht und klugheit auch sagt und ich steige jetzt einfach mal ganz kurz hier in die bundespressekonferenz ein und zwar in die 43 minute 43 minute und 55 sekunden davor gab es eine anfrage eines jungen mannes der wollte eigentlich wissen was der gregor gysi dann mit dem 67 oder nach erreichen des 67 lebensjahres so treibt machen möchte er hat uns schon vorgewarnt damals schon vorgewarnt dass auf jeden fall weiter im bundestag bleibt und dass er dann nicht mehr als fraktionsvorsitzender kandidieren wird er wird sozusagen aus diesem amt dann raus gewählt werden das war aber für ihn kein problem und er hat uns auch mitgeteilt dass er ein buch schreiben möchte eine biografie schreiben soll oder irgendwie sowas wo eigentlich im grunde genommen wenn ich es richtig verstanden habe gar keine lust drauf hat oder es ihm mächtig unter druck setzt zeitdruck setzt aber jetzt steigen wir einfach mal in die sequenz ein was der gregor gysi dann sozusagen ungefragt zum thema altersarmut sagt hören sie sich das bitte mal an die 45 sekunden ich werde das dann danach noch mal kurz nach kommentieren damit es dann nicht zu lange dauert aber wichtig ist dass sie das mal in der gänze hören was der gregor gysi dazu sagen hat außerdem darf ich noch was hinweisen ich bin doch 67 die bundesregierung hat mal beschlossen dass man mit 67 in rente gehen soll anstatt übrigens das rentenproblem zu lösen indem bei ihrer jungen generation sagen alle mit erwerbseinkommen müssen einzahlen auch bundestagsabgeordnete auch selbstständige auch beamtinnen und beamte und indem wir sagen ohne beitragsbemessungsgrenze und für die spitzenverdiener flachen wir den rentenanstieg ab wir brauchen über altersarmut gar nicht mehr zu diskutieren diskutieren wir immer nur darüber bis wann man arbeiten kann und 67 69 und so weiter und so weiter und da verwechselt die immer ihren beruf mit anderen berufen natürlich kannst du mit 90 im bundestag noch rumdödeln ohne dass es einer merkt aber du kannst kein dach decken mehr das ist das problem verstehen sie das muss ich immer den anderen kolleginnen und kollegen erklären ja meine damen und herren sie haben es gesehen ja mit einem doch verschmitzten lächeln hat er da sozusagen wieder die rhetorische keule rausgeholt und hat den eigenen bundestagsabgeordneten von allen möglichen fraktionen möglicherweise auch den von von den linken die da vielleicht noch andere auffassungen haben wie er auch noch mal ganz kurz erklärt dass es schon ein gewaltiger unterschied ist ob ich bundestagsabgeordneter bin und keine schwere körperliche arbeit machen muss dann kann ich natürlich da auch bis 90 herum daddeln wie oder sagt oder dödeln ja ohne dass es irgendeiner mit kriegt ja aber ich kann natürlich mit 70 oder mit 80 oder mit 67 nicht mehr auf dem dach herumlaufen ja und dachdecker spielen und ich kann auch mit ich erweitere das sozusagen für den gregor gysi und ich kann auch mit 67 oder mit 70 nicht mehr in einem krankenhaus als pfleger oder als krankenschwester arbeiten das geht auch nicht mehr das sind körperlich schwerste berufe ich kann auch nicht mehr in einem pflegeheim dann wenn ich so alt bin arbeiten da bin ich einfach ich sag's mal auf deutsch gesagt am arsch ja und wenn sie bei mir hier und das bestätigt letzten endes damals schon gregor gysi wenn sie bei mir hier in der kanzlei wären und würden bei uns hier arbeiten bei rentenbescheid24.de dann erleben sie jeden tag die menschen die praktisch im grunde genommen dann sagen ich will mit 63 aufhören ich habe das zum beispiel gestern beim kauf eines teppichs erlebt dort habe ich eine dame getroffen die 58 jahre alt war oder 58 jahre alt ist und die hat mich wiedererkannt hat gesagt menschen knöppel wunderbar sie mal zu treffen sie machen doch rentenbescheid24.de ich bin jetzt ich habe viele jahre in einem beruf gearbeitet schwere körperliche arbeit und bin dort jetzt gelandet als verkäuferin und und ganz ehrlich die dame hat mir klipp und klar gesagt dass mit 63 bei ihr schluss ist sie ist körperlich am ende und sie hält das dann auch nicht mehr aus der druck ist sehr sehr groß auf der arbeit und das sind genau die probleme die die aktuelle politik die ab die aktuelle ampelregierung letzten endes auch völlig negiert die dann einfach darüber weg geht und sagt ja die leute müssen noch länger arbeiten und wir mehr die ftp vor allen dingen voran und die cdu die sagen ja wir müssen die rente die altersrente für besonders langjährig versicherte abschaffen das kann doch so nicht weitergehen oder sage ich mir immer wieder liebe leute arbeitgeber fasst euch mal an die eigene nase und stellt euch doch einfach mal die frage warum wollen denn die leute die menschen eurer arbeitnehmer vorzeitig in rente gehen es muss doch einen grund haben wenn ich spaß an meiner arbeit habe dann mache ich das nicht dann erwäge ich das vielleicht und sage okay ich gehe in rente mit abschlägen gehe aber weiter arbeiten weil es mir spaß macht aber ich erlebe hier in meiner kanzlei in in dieser kanzlei mit unserem team zusammen erlebe ich doch ein ganz anderes bild die leute wollen einfach aus dem job raus wir haben zu wenig arbeitskräfte der druck wird immer größer auf die menschen die arbeit verteilt die viele arbeit verteilt sich immer auf weniger immer mehr auf weniger köpfe das sind doch die probleme und die leute sind psychisch zum teil sehr sehr angeschlagen und halten das zum teil auch alles nicht mehr aus ja da muss man also schon eine dickes fell haben und muss auch mal nein sagen können und dann haben wir es natürlich auch mit einer unternehmer zum teil mit einer unternehmerschaft oder mit arbeitgebern zu tun auch mit vorgesetzten zu tun wo ich immer sage das sind für mich absolute soziopathen ja die völlig mitleidlos den leuten immer mehr arbeit reindrücken bis es nicht mehr geht nur damit sozusagen das unternehmen maximale gewinne einfährt das sind alles dinge die man die man heute aus heutiger betrachtung wirklich mal bedenken muss wir haben fast zwei millionen offene stellen und es gehen immer mehr leute in rente und vor allen dingen sie gehen immer sie gehen auch weiter vorher in rente ja natürlich steigt das renteneintrittsalter immer mehr an und die leute werden auch immer älter bevor sie in rente gehen aber sie gehen immer noch vor deutlich früher in rente als zur regel altersgrenze und wer kann und wer sich das leisten kann geht sogar mit 63 in rente und hört dann sozusagen seinen job auf und zeigt letzten endes dann auch wasser von seinem arbeitgeber hält wenn er ihm dann praktisch mitteilt du ich habe meine rente beantragt und hier sind die papiere tschüss auf wiedersehen ja so sieht die sache aus gregor gysi hat uns ich zeige es ihnen noch mal mit seinem verschmitzten lächeln klar gemacht welches konzept da auf dem tisch liegt von den linken wie man das thema altersarmut wirklich locker leicht und fluffig hier in deutschland beenden kann ich finde ein gelungenes video ich finde eine gelungene aussage hat mich doch zum nachdenken angeregt und auch angeregt für sie hier dieses video zu drehen einfach mal anschauen gucken sich bitte das an was da gregor gysi in der bürgerpressekonferenz gesagt sie müssen das nicht alles sehen oder sich angucken aber das eine oder andere ist vielleicht doch auch für sie interessant ich würde sagen gregor gysi ist kein fantast und auch kein linker spinner sondern er ist wirklich ein mensch der durch lebenserfahrung vielerlei beobachtung auch zu guten konzepten zu menschlichen konzepten in der politik gekommen ist näheres zum thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine super rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel